So, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sam, bist du da? Ich bin der Zoborock mit der weißen Jo und die Schlumpfine. Hallo. Hallo Lea. Ist das noch kein Müll? Ne, alles da. So, ich hätte noch ein paar Bücher im Ani-Boot. Mhm, sofort. Fort. Nein. Erstmal. Erstmal. Erstmal Lea machen. Jo? Ja, hier ist einer. Ich hätte was für dich. Hier. So. Dankeschön. Dann hätte ich noch Bücher für den Zobor. Ja, Zobor. Na? Und dann hätte ich noch Technikfreaks 1 im Angebot. Technikfreaks, warte mal, das habe ich doch durch, glaube ich, oder? Ja, mir fühlt noch ein Leck. Da bin ich durch. Ja, mir fühlt noch die Nummer 6. Okay. Na ja, Moritz. Ich bin durch dich. Ahhhhh. Hör Nein. Bisschen Heilung würde dem nicht schaden. So. okay ja also ich bin sozusagen da kann man sagen finde ich ihr seid doch zu weit weg bei der runde kann man sich daran so alles von autos du hast es nicht schön und da kommen sie nach mist ich bin noch nicht durch steht direkt ein kurierkoffer drin in dem blauen container wo ich hier bin wenn er hier reingeht direkt rechts in der ecke lassen ist in meiner wird hier angezeigt damit dann wahrscheinlich in dem hier sein hier oben drauf ja ich habe mein auge gefunden meiner wird hier auch irgendwo angezeigt 6,4 meter das müsste da irgendwo sein müssen können wir dann los das ist ja großartig die nämlich von darin waren hier eine also hier oben am dach geht einer der in den habe ich genommen der waff dann hat er mir angezeigt weil ich über die motorhaube vom lkw weiß dann ja da drin oder da oben drauf schauen mal ist es so hinkommen eigentlich unten wird der angezeigt so es müssen wir noch schon vieles körperchen finden richtig da soll hier aber sein ja habe ich bin wo war ihr nehmen wo zu sein da drin war ach guck ja dann war es das schon für uns hier ja ja wir machen die pudel oder würde ich auch sagen wir schon mal hier stehen immer ja ich meine autos progne vierer pistole gerade gefunden keine gefangenen hier gemacht ja mal auf der welt panik geschossen so jetzt geht es aber blöd weg 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 ich komme hier nicht raus weg 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 So kam. Mach auf. Okay. So. So. Okay. So. Oh, jetzt geht es los. er gibt noch siehst du ja ich mache es mit sag mal, sag mal, das ist ja, sag mal, das ist doch nicht zu fassen, komm bitte, endlich, man, dafür, so, ich würde sagen, wir haben es, ja, dann sollten wir auch nach Hause, auch, siehst du wohl, sind wir durch hier, ich renne zu weit, nee, doch nicht, die Tür ist offen, da sind auch noch ein bis zwölf Autos, die wir hier abbauen können, ja, ich muss erstmal meine Trifte leer machen, das ist mit sonst nix, ich weiß gar nicht, wohin damit, du hast nicht genug Ausdauer, ja, ja, so, ich habe zwei Fünferbögen gefunden, ja, jetzt sind die aus, noch ein Kappel, da, da, so, Na? Na? das ist aber die farben kann man auch selber herstellen war das nicht so normal normale farben weiß ich die andere weiß ich nicht diese tuningfarben das kann ich nicht was du dafür brauchst keine ahnung war so ein gedenke und dann lasst uns erst mal nach hause was würde ich sagen so siehst du jetzt noch weg dann kommen so ein scharfes moment dann nachher nicht mehr stimmt 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 ja ich weiß so hausdauer felteinhalten nehmen wir das doch jetzt mal mit hier so nach hause dann los so ist schon da wenn man schwanger sein händler hat noch mal sind ja gleich da Yes. Was zum Verkloppen hier? Mal gucken, warte mal. Die Bahn kann es haben. Kannst du dir auch so auswählen? Drücken, was wir hier. Die auch. Darfst du auch? Den Weg brauchen wir nicht. Halt. Oh, was hast du denn Feines? Stahlspitzhacke. Dreifach Taschenmord für Rüstung. Oder neun Millimeter 100 Schuss. Aber die stellen wir da selber her. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das, das, das. Kein Interesse an der Gegenstand. Was? Was für viel? Will er nicht haben. Hey, das ist ein super Motor. Das ist also optimal. Ein Zylinder. Das läuft. Will nicht, du. Maulig. Na gut. Wenn ich will, der hat schon... Ich bin da. Okay. Das ist für dich noch zum Lesen. Das ist das ganze Gerümpelkram, was du nicht selber sortieren willst. Nein. Das ist alles so. So nach dem Motto, ich bin schon fertig. Das kannst du noch verticken. Ach so, ja, ja gut. Mach ich. Was hast du denn noch? Hier, pass mal auf. Nur mal guck mal. Guck mal, davon haben wir, glaube ich, auch schon 700 Stück in der Kiste. Das ist kein Auge. Das ist kein Auge. Das ist kein Auge. Das ist kein Auge. Das Öl will ich eigentlich nicht so gerne verkaufen. Hey, buddy. Ich hoffe, du hast dich nicht. Du bist noch hier vor der Tür, oder bist du schon zu Hause? Ich bin zu Hause. Geh. Mitten drinstecken, oder bye? Ja, guck mal. Oh, warte mal, das ist da. 20, wieder 20.000. Ja, guck mal. So. Glas Honig. Ich drehe ja auch noch ein Glas Honig an, wenn es sein muss. Hier ist es jetzt. Zack, weg mit dem Kram. Halt. Ach so. Gut. Ja. 20, 52. Läuft doch wie geschnitten. Ganz passend. Oh Gott. Oh. Oh, Mist. Doof geparkt. Doof geparkt. Das muss man oben erst ausleeren gehen. Los rund um die Decke. Hoch hier. Na? So, jetzt geht's. Ach, hungrig ist er auch noch. Du Himmel. So, raus mit dem Rest. Baut in die Tasche, ab nach Hause. Siehst du mit dem Strom aus? Ähm. Was hat hier mal? Aus. Robert, die Geschützturm freigeschaltet. Qualität 2. Das war schön. Ja. Da sind zwei drinnen. Einer. Einer. Drei. Verändern. Schließen. So. Auto. Achtung. Jetzt habe ich noch was vor oben. Siehst du? Da. So. Was soll ich haben? Einer. Alles mit. Tatsächlich. Gut. Papier war, glaube ich, unten. Kram. Hilfe. Mit dem. Zeug. Oh, hier ist auch noch ein Mesh-Polgen. Huch. Ammo. Kommt gelag. Warte mal. Oh. Oh, Lehm. Zack. Steine. Kleine. Jetzt durch. säckchen fallen lasse acht kurs hat die schön also mal nicht das sind wir auch papier warte mal papier hier ja ich bin ich habe entladen du das ist ja mal ein holz ich habe kein holz mit ist mein ganzes holz denn dann hat er noch jemand holz in der tasche ja so wie sie denn kann man jemand wissen was in der maschine reich mal in welche maschine nicht mehr station ist leer habe ich und an oder die läuft ja ja so war das wir tun können hin wegen tradition gucken da kumal 1 aus dem gebüsch wo du alt ist was mit ihnen da los wollen die meter lassen habe fest haben wir dafür auch noch und es werde nicht genau was jetzt richtig großartig mit dem ton kam das licht aber sie schon sexy da ist schon haben alle auf jeden fall mit ihr fällt mal gut dann wir sind über ein licht hier in der google ach genau das wollte ich mal gucken wie viel strom das nicht verbraucht da ich dir mal so langsam ein bisschen munition hier so das läuft und gerade gerade durch eine händlerkiste sind noch bücher für euch ja ich hatte für euch auch ein gewicht alter verwalter 243 watt nur an licht das ist schon er ist schon heavy alter verwalter schon nicht schlecht was denn hier oh das fällt mir gerade auf denn dann haben wir gar nicht genug saft für wenn ich oder doch 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 wenn die kommen dann ist ja doch genug strom dane also vorne ging gerade alles also ich meine auch ja 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 danach ging das licht erst an deswegen ach so ja gut das müssen wir mal gucken das ist natürlich jetzt warte mal ich kann es ja mal testen ach nee warte mal ist alles ruhig da unten doch schon da wird aber ich kann sowieso nicht hierdurch ich teste es mal woanders wir kommen dann mal auf ich muss noch mal schauen jetzt nur zehn minuten warten das testet sie gleich von alleine wenn die erste rolle wieder kommt hier das sind diesmal durchlaufen oder wird ja ich kann mal einmal kurz da kannst du auch bewegungssensor ja dreht sich alles jetzt weiß ich mal nicht wieviel strom da gebraucht wird na gut aber ok so so na gut wenn die sich drehen ist ja gut dann ist alles in Ordnung ja dann ist ja genug saft da schön das reicht aber nicht das reicht was ist da noch ein kleines bisschen zu essen wäre ganz nett dürfte da sein jo jo ich sehe sie alles gut ich hätte zu sagen ich zeige mir aber erst mal los ach die dinge da oben an danke für den raid dominieren rumkugel moch hoi hallo tag grüße und man muss ich oben mal hoch hier ist noch kein wie ist es hier oben kein saft wir sind hier kein strom keine ahnung das kann sein dass hier nicht genug strom da ist oder ich hab hier noch nicht angeklar ich hab hier angeklemmt ach du himmel jetzt brauchen die mehr strom da oben wieso er geht gerade glaube ich zu viel strom durch die leitung ok warte mal mal gucken doch da ist strom warte mal da ist auch saft da siehst du ja da gebe ich dir recht sind doch an man schreibt gerade ein kleiner shop bei 7 days ist doch ganz witzig auch wenn er von mir kommt ja ich bin wirklich richtig zusammengezuckt gerade eben was nicht doch so irgendwo im außen nichts weißt du ja und worauf kommt oft naja so ist es dein lied von singen sing mal da sind sie nicht ja bist du von dem striker holst du dich nicht so wir haben das licht in einer hütte hier ist überall strom jetzt haben wir licht unten wo das aber alles schöner erhellt das stimmt die machen richtig licht die jungs hier oben da fühlst du auf jeden Fall nicht einsam ja hier ist licht aufgegangen also die sonne leuchtet das geht ok alter freund machen die licht die machen richtig licht nicht so viel früher so ein bisschen sondern jetzt doch dunkel ist anders wenn wir unser haus nicht mehr verfehlen auf jeden fall das nicht was hätte ich denn hier noch achso Medizin hm hier kann es auf jeden Fall nicht im Schatten stehen großartig dir fällt mir ich wollte hier mal reingucken genau hier aufheben wolltest du nicht so dann kann ich ja mal nach dem Essen gucken so und die Folge ist dann wieder durch da sagen wir mal vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören ciao tschüss